So, damit kommen wir schon zur dritten Zielfahrt. Sie geht von Französisch Buchholz, dem Ortsteil. Und in dem Ortsteil haben wir uns die Hauptstraße ausgesucht, zur Max-Meding-Halle im Prenzloher Berg. Die Fahrt beginnt geradeaus in die Hauptstraße. Geradeaus weiter Berliner Straße. Geradeaus Paselweiker Straße. Geradeaus Dammerow Straße. Geradeaus Breite Straße. Links Berliner Straße. Geradeaus Schönhauser Allee. Rechts Gleimstraße. Links Amfalkplatz. An der Ecke Gaudi Straße halten wir und das Objekt befindet sich auf unserer linken Seite. Die Max-Schmeling-Halle befindet sich südlich von der Gaudi Straße und westlich von Amfalkplatz. Und das ist auch schon die komplette Zielfahrt. Und das ist auch schon die komplette Zielfahrt.